Hallo liebe Menschen, das ist der Triathera Videoblog. Hier geht es um Terra Preta, um EM-Produkte, effektive Mikroorganismen und um Themen zur Begrünung der Erde. Und das mit dem Begrünung der Erde, das meine ich durchaus wörtlich. Gerade heute habe ich da eine gute Nachricht dazu, eine Nachricht, die nicht ganz mehr so frisch ist, die eigentlich von allen Kirchtürmen gerufen werden sollte, die Sondersendungen im Fernsehen gerechtfertigt hätten, wo man sagt, 48 Stunden Dokumentation durchgehend weltweit Journalisten ausgeschwärmt, um festzustellen, wo denn die Bäume gewachsen sind oder die Sachen grüner geworden sind. So eine Nachricht heute, die ich besprechen möchte, die interessanterweise in den Medien nicht dieses Echo gefunden hat. Können Sie sich selber überlegen, warum. Und diese Nachricht, um die es heute geht, ist eine tatsächliche, schon stattgefundene Begrünung der Erde. Global Greening, eine Begrünung der Erde, eine Pressemitteilung und eine wissenschaftliche Untersuchung vom 25. April 2016, veröffentlicht 27. April von der NASA, mit NASA-Satellitendaten, hat man identifizieren können, dass mit Satellitendaten kann man sehr schön die Vegetation messen, durch die Farbtöne, die man da kartiert und das eben auch sehr, sehr objektiv. Viel besser, als wenn da irgendein Waldarbeiter hingehen würde und gucken würde, wie geht es in den Bäumen. Nein, von oben drauf, Jahr für Jahr, immer mit der gleichen Methode und das seit 1982, haben wir diese Daten. Seit 1982 gibt es auswertbare Satellitendaten zur Vegetationsdecke auf der Erde und zur Vegetationsdichte und Blattmasse sozusagen und diese Daten von 1982 bis 2015, 16, also 35 Jahre, diese Daten zeigen eine gewaltige Begrünung der Erde. Ganz objektive Daten aussehen weltweit, die Erde hat sich bereits begrünt, Es ist immer gut, auf dem fahrenden Zug aufzuspringen. Die Erde ist also ganz aktuell in einer Phase, wo sie deutlich grüner wird und deutlich heißt, dass wir hier von einer Fläche sprechen, weltweit, die grün geworden ist, die vorher also keine Vegetation hatte, die jetzt Vegetation hat, von der doppelten Fläche der USA. USA, zweimal, um diese Fläche ist die Welt grüner geworden. Also eine gewaltige Fläche. Und ja, das ist eine ziemlich umfangreiche Arbeit und nicht nur haben sie das feststellen können, dass die Erde grüner geworden ist, sondern sie haben auch gleich Auswertungen versucht, die anhand der Daten gut möglich waren, was die wesentlichen Gründe für diese Begrünung der Erde in den letzten 35 Jahren waren. Das Thema ist, ja, in Anführungszeichen politisch inkorrekt, was wohl auch der Grund ist, warum es nicht so viel diskutiert wird, weil es nämlich im Wesentlichen dabei um Kohlendioxid geht, um einen Effekt von Kohlendioxid. Aber prinzipiell erstmal speziell, also ich werde die Bilder hier nicht zeigen, weil man immer nie so genau weiß, was man im Internet an Bildern zeigen darf, ohne gleich verklagt zu werden für 1000 Euro, was mir letztens passiert ist. Deswegen, ich habe die Links unten drin, da können Sie nachschauen, die Originalarbeit der NASA-Wissenschaftler, mit auch den Fotos dabei und noch andere Bilder, ein Bild zeige ich auf meinem Laptop, wenn mir das gelingt. Und es ist natürlich nicht so, dass jetzt plötzlich da ein Riesenblock grün geworden ist, keine Ahnung, die ganze Sahara plötzlich grün geworden ist, so ist es nicht, sondern die Vegetationsdichte in den schonen grünen Bereichen hat sich erhöht. Es gibt mehr Blätter, mehr Blattmasse, mehr Photosynthese. Also die Flächen sind in der Tendenz 25 bis 50 Prozent der Flächen auf der Erde sind deutlich grüner geworden. Das Grüne, die Vektation, ist die Berge höher drauf geklettert. Das Grüne ist näher an die Wüsten ran. Man sieht das wunderschön. Es gibt ein paar hundert Kilometer breiten Streifen, vielleicht sind es sogar tausend Kilometer, naja, ein paar hundert Kilometer breiten Streifen an der Sahara, an der Südgrenze der Sahara, wo sich offensichtlich die Vegetation um ein paar hundert Kilometer massiv herangeschoben hat an die Wüstengrenze. Und ja, also es gibt überall viele kleine Flächen im Wesentlichen sind plötzlich grüner geworden und wenn man das alles zusammenzählt, dann entspricht das eben der doppelten Fläche der USA, die weltweit seit 1982, also 35 Jahre grüner geworden ist. Das ist nur wenig mehr als meine Lymphzeit. In dieser Zeit hat bereits eine massive Begrünung der Erde stattgefunden. Eine geniale Nachricht, die eigentlich, ja, wie gesagt, durch den Blätterwald rauschen müsste, die Sondersendungen und Dokumentationen rechtfertigen würde, wo man dann also erstmal, im Grunde ist das die Nachricht, ja, mindestens des Jahrzehnts, wenn nicht des Jahrhunderts, die Erde wird grüner und zwar massiv grüner in den letzten 35 Jahren alleine. Und dann haben wir eben versucht zu identifizieren, was die Gründe dafür sind, dass die Erde grüner wird und die wesentlichen Gründe dafür in der Analyse sind rausgekommen, der Kohlendioxidanstieg, Stickstoff, lokale Klimaänderung, das heißt, es hat mehr geregnet, es war vielleicht wärmer an einigen Orten, und eine Änderung der Landbedeckung, sprich, wo vorher kein Wald war, hat sich jetzt ein Wald entwickelt. Also in Europa zum Beispiel haben ja die Wälder, nehmen die Wälder ungefähr jedes Jahr ein halbes Prozent bis ein Prozent zu. Einfach weil zum Beispiel Ausgleichsflächen von Bauten, Windrädern, Straßen, Wald werden, weil Flächen unter Naturschutz gestellt werden, weil schlechte Ackerflächen aufgegeben werden. Also die Waldfläche in Europa nimmt seit über 100 Jahren kontinuierlich langsam, aber für den Wald auch immer noch schon recht schnell zu, und auch das ist ein Thema dabei. Aber der mit Abstand, Abstand größte Effekt ist der Kohlendioxid, der Anstieg des Kohlendioxids in die Atmosphäre. Der wird mit 70 Prozent beziffert in dieser wissenschaftlichen Arbeit, also über zwei Drittel dieses ganzen Effekts ist auf Kohlendioxidanstieg zurückzuführen. Und was man dann noch halbwegs identifizieren konnte, war Stickstoff. Also durch den ganzen landwirtschaftlichen Dünger, durch Leominosenanbau, durch auch sicherlich Mist- und Gülledüngung, haben wir einen höheren Stickstoffgehalt. Nicht nur auf den Flächen, die gedüngt werden, sondern das verdunstet ja zum Teil auch, geht in Form von Stickoxiden in die Atmosphäre oder in Form von Ammoniak und regnet sich woanders wieder nieder. Das heißt, wir haben aus dem Regen heraus ein ganzes Kohlendioxid. Das ist aber nur 9 Prozent des Effekts. Also 70 Prozent Kohlendioxid, 9 Prozent Stickstoff. Übrigens ein ganz wichtiger Beitrag zur allgemeinen Stickstoffdüngung aus der Luft auf der Erde sind Autos. Autos stoßen, wie wir ja wissen, eine ganze Reihe nicht nur Kohlendioxid aus und Feinstaub und Rußpartikel, sondern das ist ja wohl auch das Thema gerade dieses Dieselskandals, wobei ich nicht sicher bin, dass die Benziner da so viel besser sind. Die stoßen eine ganze Menge Stickoxide aus. Und diese Stickoxide regnen sich irgendwann wieder ab und sind als Dünger in der ganzen Atmosphäre verteilt und kommen auf die Flächen und tragen da zur Stickstoffdüngung bei. Aber das ist nur 9 Prozent des Effekts. 70 Prozent des Begrünungseffekts sind Kohlendioxid. Dann kommt noch lokale Klimaänderung. Da ist hier und da mal ein bisschen mehr Regen gefallen quasi. Und 4 Prozent des Effektes gehen auf veränderte Landbedeckung zurück. Also das sind dann eben der gestiegene Anteil an Wald, an Naturschutzpläten, an den naturüberlassenen Flächen oder begrünten Flächen im Gegensatz zu vorher. Genau. Das ist diese Nachricht vom Global Greening. Und ich werde das noch ein bisschen erläutern, warum das, was die Hintergründe dazu sind. Aber ich habe diesen Satz, dass es mir um die Begrünung der Erde geht, immer in der Einleitung meiner Videos, nicht willkürlich gewählt, aber nicht ohne Überlegung gewählt. Das war jetzt nicht Zufall oder einfach nur eine Floskel. Sondern in den Jahrzehnten, in denen man sich so überlegt, was man denn mit seinem Leben anfangen will oder was ist denn ein würdiges Ziel für so ein Leben. Ja, gehen einem so verschiedene Dinge durch den Kopf. Und was ich immer gespürt habe war, oder was mir immer am Herzen lag, wo ich immer eine Resonanz zu gespürt habe, ist, wenn ich besonders überschießende grüne Natur wahrgenommen habe. Der Regenwald natürlich im Amazonas, der artenreichste und produktivste Standort, den man sich vorstellen kann. Das war so, das ist so das Urbild. Aber prinzipiell alles, was vital grünt und blüht und ja, letztendlich hohe Lebendigkeit, eine hohe Photosynthese-Produktion zeigt, das ist es, wo man so emotional spürt, Mensch, da hat man eine Verbindung, jawohl, das möchte man fördern. Deswegen kann ich auch mit dem herkömmlichen Naturschutz nicht so wahnsinnig viel anfangen, der vor allen Dingen, also zum Beispiel in Deutschland fanatisch Trockenrasen-Diotope schützt, sucht und entwickelt. Trockenrasen, sprich ganz schlechter Boden, ganz wenig Schickstoff. Da kommen dann so Mangelernährungspflanzen, ganz krasse Säcken und seltsame Insekten und Gräser, die man alle woanders findet, wo sie eher ihren Platz haben, nämlich im Mittelmeerraum, Alpenraum und so weiter. Dort ist diese Trockenrasen-Vegetation im Grunde zu Hause und entwickelt sich da spontan relativ großflächig an ganz vielen Orten. Hier bei uns ist das eigentlich durch den vielen Regen, der hier fällt und durch die Wälder, die sich unter Naturbedingungen eigentlich sehr schnell entwickeln, ist Trockenrasen eigentlich eine völlige Absurdität. Nichtsdestotrotz scheint sich der halbe Naturschutz in Deutschland darum zu drehen, Trockenrasen-Diotope zu identifizieren, zu schützen. Und da werden dann wegen irgendwelchen Eidechsen, die sich in diesen Trockenrasen-Diotopen angesiedelt haben, weil es da eben mal ein bisschen mehr Sonne hinfällt und ein bisschen wärmer, der Boden sich schneller erwärmt, dass da also Millionenaufwand getrieben wird. Wohingegen das, was uns eigentlich ernährt, die Lebendigkeit der Natur, von der wir ja am Ende profitieren, die unser Klima schafft, die unsere Böden schaffen, diese Lebendigkeit ist weniger im Fokus der Naturschützer. Das wäre aber mein Fokus. Genau, also das ist, wo ich so eine emotionale Verbindung spüre, aber das geht im Grunde dann weltweit, deswegen steht hier ein Globus, dass ich im Grunde in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch immer mehr zu dem Schluss gekommen bin, diese großen Wüstengebiete, die es auf der Erde gibt, speziell diese Saharasier, diese Wüste, die sich hier von, ich mach mal, kleiner Effekt, extra ein Globus gekauft für den Zweck. Zack. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich mach es gleich nochmal aus, vielleicht ist es ohne Licht sogar noch besser. Aber wir haben hier Afrika, dieses große, dieses größte Wüstengebiet der Erde. Nordafrika hier, Sahara, Arabien, das geht über Iran, Pakistan, Afghanistan, Tibet, bis in China, Mongolei hinein, Teile Indiens. Das ist ein riesiges Wüstenband, was sich hier durch Afrika und Eurasien quasi zieht. Und dann haben wir etwas kleinere Varianten davon im Westen der USA, in Mexiko und Nordosten Brasiliens oder hier in Chile an der südamerikanischen Küste und nochmal ein ziemlich ein Batzen in Südafrika oder im Süden Afrikas, die ist auch Südafrika, wo wir große Wüstengebiete finden. Genau. Und diese Wüstengebiete, ja, das werde ich in anderen Videos nochmal genau erläutern, ich halte die nicht für natürlich. Natürlich in dem Sinne, dass das der gesunde Zustand unserer Erde ist, dass das das Normale ist, sondern ich halte das für die Folge einer Katastrophe, die jetzt wo noch nicht ganz klar ist, wo die ihren Ursprung hat, aber das ist sozusagen ein Krankheitssymptom unserer Erde. Diese Riesenwüstengebiete sind nicht normal. Dass man hier und da Wüsten hat, kleinere Wüsten, das ist aber, dass hier quasi ja, ein Viertel der Erdoberfläche von einer Riesenwüste bedeckt wird, das ist nicht nicht im Sinne des Erfinders oder dass es nicht die Kapazität, die diese Erde hat. Im Normalfall ist das nicht so großflächig vorhanden. So, sodass ich also mit der Zeit zu dem zu der Überlegung gekommen bin, dass das eigentlich der wesentliche Entwicklungsrichtung für die Erde und für mich sein kann und müsste so global formuliert, wie man es formulieren kann, die Begrünung der Erde. Das ist eigentlich das, worum es geht und der Schlüsselpunkt am Ende wird immer sein, werden wir die Wüste tatsächlich begrünen können. Und deswegen regt mich diese Meldung heute oder dieses Thema so an. Diese Begrünung der Erde ist nämlich jetzt nicht nur eine Theorie, nicht nur, es gibt überall Geschichten, der pflanzt da mal ein paar Wälder, dort hat mal ein Franzose Wälder gepflanzt oder der Inder da auf seiner Halbinsel da, wenn man da mal ein bisschen recherchiert, findet man ganz viele Beispiele von einzelnen Personen, die unter widrigsten Umständen in verwüsteten Gebieten Wälder und Vegetation geschaffen haben. Alan Savory hatte ich erwähnt in dem Rasenvideo, Andreas Pfeiffer in Paraguay mit seinen Fruchtwäldern, Frucht- und Nusswäldern, die er da pflanzt und so weiter. Also es gibt ganz viele positive Beispiele, einzelne Beispiele, die aber jetzt flächenmäßig noch nicht so was ausmachen, aber gleichzeitig sehen wir, Mensch, die Erde hat auch keine Lust mehr auf die Wüstengebiete, die fängt auch schon an, sich massiv zu begrünen. Mit anderen Worten, wir springen da auf den fahrenden Zug auf, das ist immer eine gute Idee. Es liegt in der Luft, es ist so weit. So, warum wurde jetzt der Kohlendioxid-Anstieg so massiv verantwortlich gemacht für diese begrünete Erde. Also erstmal, da gibt es keine Diskussion. Die Erde ist deutlich grüner geworden, wie gesagt, um eine riesige Fläche, doppelt die Fläche der USA, wenn man das alles zusammenzählt. Die Wälder sind dichter geworden, die Berge sind höher grün geworden, die ganzen Vegetationszonen sind speziell im tropischen Bereich, im duktropischen Bereich, da wo es Wassermangel, wo Licht nicht so die Rolle spielt, sondern vor allem Wassermangel eine Rolle spielt, da ist es deutlich grün. Also diese gute Nachricht kann uns keiner mehr nehmen. Das ist passiert, das ist unterwegs, das ist offensichtlich ein fortlaufender Prozess. Und da dreht es sich um die Magie von Kohlendioxid. Und Kohlendioxid wird nicht nur für eine Klimaerwärmung verantwortlich gemacht, was ein interessantes Thema ist, wo wir uns anderweitig noch mal mit auseinandersetzen werden, sondern Kohlendioxid ist in der Pflanzenernährung, ja, neben Wasser, sag ich mal, das wichtigste, das wichtigste Element in der Pflanzenernährung, Kohlendioxid. Die Pflanze braucht, um sich aufzubauen, um Stärke zu bilden, um Zucker zu bilden, um Eiweiße zu bilden, braucht es Kohlendioxid, Wasser und Kohlendioxid. Um Zucker zu bilden, für die Pflanze, braucht es Licht, braucht es Wasser, braucht es Kohlendioxid. Die drei Sachen kommen da zusammen und wenn man sich überlegt, wie niedrig der Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre ist, nämlich, und jetzt aufpassen, 0,04% ist der aktuell. 0,04%, also nicht ein Hundertstel, nicht ein Tausendstel, sondern vier Zehntausendstel, also es ist ein Spurengas, es ist wirklich ein Spurengas, man muss sich schon verdammt anstrengen, um das ordentlich zu messen. Und von diesem Spurengas, von diesen sehr, sehr geringen Konzentrationen in der Atmosphäre, davon müssen die Pflanzen, ihr Maisfeld da draußen muss auf einen Hektar 45 Tonnen Biomasse in einem halben Jahr aufbauen. Das kommt alles aus der Luft, die Wälder, das Holz, das im Wald aufwächst, das ist alles aus der Luft gekommen, alles CO2 und Wasser. Sprich, für Pflanzen ist diese niedrige Konzentration tatsächlich, also wenn es viel niedriger wäre, würden die Pflanzen nicht mehr wachsen. Also, die absolute Mangel tritt ein bei 0,022%, also jetzt haben wir 0,04%, nachdem der Kohlendioxid-Gehalt die letzten 100 Jahre ich weiß nicht, seit wann es genau gemessen wurde, 1880 oder so, nachdem er also jetzt sehr kontinuierlich angestiegen ist in den letzten 100 Jahren und mehr, aber die niedrigsten Gehalte, bei denen Pflanzen überhaupt noch wachsen können, bei denen die Vegetation quasi nicht völlig zusammenbricht, die liegen nahe an dem, was wir vorindustriell hatten, 0,028% hatten wir vorindustriell und das ist aktuell, das war nahezu die unterste Grenze, wenn man noch ein bisschen weniger hätte, dann würden die Ökosysteme zum Teil zusammenbrechen, würden viele Wälder und so weiter einfach nicht mehr wachsen, zu wenig CO2 für die Pflanzen, so dass es bei Pflanzen zum Teil schon Anpassungen gab, die sich spezifisch an diesen niedrigen CO2-Wert angepasst haben, und zwar das ist die Geschichte mit den C3-Pflanzen, C4-Pflanzen und Chem-Pflanzen, CAM-Pflanzen hat jeder mal in der Schule gelernt, ich kann mich jedenfalls daran auch erinnern und das wurde natürlich im Studium noch mal wiederholt und noch mal wiederholt, so dass man es auch nicht vergisst, also C3, C4 und Chem-Pflanzen, das ist eine Art von Pflanzen, wie sie CO2 aufnehmen und ob sie es gleich verarbeiten oder speichern und das Normale auf der Erde, alle Bäume, Weizen, Reis, Kartoffeln, Rüben, das nochmal, auch die meisten Gräser, das Normale auf der Erde sind C3-Pflanzen, also das sind Pflanzen, die haben jetzt nicht extra Spezialmechanismen, um CO2 aufzunehmen, sondern die machen ihre Stomata auf, ihre Blattöffnungen, aber wir können uns die Blätter vorstellen, die haben, je nachdem, Oberseite, Unterseite, haben sie Blattöffnungen, Atemöffnungen, die müssen atmen, die müssen das CO2 aus der Luft aufnehmen, also müssen sie atmen wie wir, quasi auch, nur dass wir den Sauerstoff aufnehmen und CO2 ausgasen und die nehmen eben CO2 auf durch die Blattöffnungen, machen die auf, das machen die bewusst, das ist gesteuert, die machen also bewusst eine bestimmte Zeit die Blattöffnung auf, das CO2 kommt in Blatt hinein, in die Zellen, in die, in den Kontakt mit diesem Photosynthese-Prozess und bei C3-Pflanzen passiert das ganz direkt, wenn Licht da ist, wenn Photosynthese betrieben werden soll, dann müssen die in dem Moment die Blattöffnung aufmachen, dann kommt das CO2 rein und dann wird es direkt von der Photosynthese von diesem Zyklus entsprechend am Ende zu Zucker umgewandelt. CO2, Wasser und Licht in der Photosynthese in der direkten Umbildung zu Zucker bei den C3-Pflanzen. Also, die haben quasi die einfachste Variante, was immer noch mega kompliziert ist. C4-Pflanze, die haben vor diesem normalen Photosynthese-Kreislauf eine Art CO2-Pumpe, eine chemische CO2-Pumpe geschaltet, weil mit dieser CO2-Pumpe, die kostet ein bisschen Energie, die müssen sie ein bisschen mit Energie füttern, diese CO2-Pumpe, diese chemische CO2-Pumpe, aber die ermöglicht es ihnen auch bei sehr niedrigen Gehalten von CO2, das noch aus der Atmosphäre rauszuholen. Wie gesagt, die C3-Pflanzen, wenn das unter 0,028 sinkt, dann sind die im Grunde fertig mit der Welt. Die C4-Pflanzen, das ist sowas wie Mais, Hirse, Zuckerrohr und ein paar Gräser. Also, das sind alles spezifische Gräser, Mais, Hirse, Zuckerrohr. Die haben eine extra chemische CO2-Pumpe vorgeschaltet, die es ihnen ermöglicht, massiv mit Gewalt sozusagen, die CO2 anzuziehen aus der Atmosphäre und das hat den Effekt, dass sie deutlich kürzer nur die Stomata, die Blattöffnung aufmachen müssen. Also, die können, ja, größer, kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht nur halb so lang oder so, müssen sie die Stomata, die Blattöffnung aufmachen im Gegensatz zu C3-Pflanzen. Müssen also, und dementsprechend durch die offenen Blattöffnung, durch die offenen Blattöffnung, Atemöffnung verlieren die Pflanzen natürlich Wasser. Also das ist immer eine Abwägungssache, wie lange kann ich die Stomata, die Blattöffnung aufmachen, dass ich nicht zu viel Wasser verliere, aber mein CO2 bekomme. Deswegen, wenn es ein sonniger Tag ist, der relativ trocken ist, lassen die Rübenblätter, die Kartoffeln schon mal die Blätter hängen und sagen, ich bin durch, ich muss mich jetzt vor Wassermangel schützen, ich mache die Stomata zu, Fodokentese wird eingestellt. Mais, Hirse, Zuckerrohr, die gehen durch. Die brauchen so wenig Öffnungszeit der Stomata, die verlieren so wenig Wasser, dass die durch den heißen Sonnentag durch Fodokentese treiben können. Weswegen der Mais so eine hohe Effizienz hat, so enormes Mengenwachstum produziert, Mais, Hirse und Zuckerrohr. Alle drei Pflanzen berühmt dafür, dass sie eine sehr starke Fixierungskapazität haben. Genau, also die haben eine chemische Pumpe vorgeschaltet, die macht, bindet das CO2 in Malad in einem chemischen Prozess und das wiederum wird dann der Protonetheseprozess zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es noch eine Stufe weiter, das sind diese richtigen Wüstenpflanzen und die sind so weit angepasst, dass sie die Öffnungen nur nachts aufmachen. Die Stomata bleiben dem Tag im Normalfall zu, erst nachts, wenn man praktisch kein oder kaum Wasser verliert, wenn man die Stomata aufmacht, die Blattöffnung. Nur nachts, wo quasi der Taupunkt erreicht wird, dann machen die die Blattöffnung auf, saugen das CO2 an, speichern das CO2, die können CO2 speichern, das ist der wesentliche Punkt, die speichern das CO2, atmen nachts, speichern das CO2 in ihren Zellen und verwenden es dann tagsüber mit dem einfallenden Licht für die entsprechende Photosynthese, für Zucker und Stärken, Produktion und Wachstum. Aber man kann sich vorstellen, dass der Prozess sehr ineffizient ist, also deswegen wachsen Kakteen so langsam, deswegen sind das jetzt keine vitalen Wälder oder vitalen Pflanzen, die richtig loslegen, weil dieser Prozess der CO2-Pumpe und der CO2-Speicherung, den die leisten müssen, das ermöglicht ihnen zwar mit sehr, sehr wenig Wasser zurecht zu kommen, aber es bedeutet auch, dass sie ganz viel Effizienz verlieren, also die anderen Pflanzen sind deutlich effektiver und schneller in der Photosynthese und dem Wachstum. Das würde so Pflanzen, wie Kakteen, Sukkulenten, Wolfsmilchgewächse, Ananas, also typische Wüstengewächse, die machen das. Alle Bäume, alles C3. Ich wüsste nicht, dass es irgendwelche Bäume gibt, die C4 sind. Alles, was wir an Baumvegetation haben, ist praktisch alles C3. Und wie gesagt, die allermeisten Pflanzen sind C3, speziell sowieso bei uns hier in dem Gebiet, in der Westwindzone der gemäßigten Breiten, wo relativ viel Feuchtigkeit ist, gibt es natürlich praktisch keine C4-Pflanzen. Das Einzige, was wir hier eingeführt haben, ist der Mais. Genau. Also der Grund dafür, dass die Pflanzen besser wachsen, ist der, sie brauchen sehr viel weniger, wenn jetzt der CO2-Gehalt steigt, nicht mehr an diesem extremen Mangel, Punkt ist 0,028, sondern inzwischen bei 0,04 ist, dann haben die Pflanzen die Möglichkeit, mit sehr viel weniger Öffnungen der Stomata, also mit weniger Atem-Luft-Austausch, an ihr CO2 zu kommen. Das heißt, sie brauchen viel weniger Wasser. Und das wiederum heißt, sie können in trockenere Gebiete wachsen, sie können länger Photosynthese machen, also werden die Pflanzen schneller groß, sind in der Lage, in trockeneren Gebieten zu wachsen, sind auch in der Lage, in kälteren Gebieten zu wachsen, weil ein wesentlicher Faktor von Kälte ist immer der, dass die Pflanzen nicht mehr an das Wasser kommen. Das Wasser ist gefroren und wenn dann, wenn der Boden gefroren ist oder die Pflanze sogar gefroren ist und es fällt Licht auf die Pflanze, das ist immer das Problem, dann geht die Pflanze kaputt, weil dann werden die Photosynthetischen Prozesse angeregt, es ist aber kein Wasser da, dann verbrennt die Pflanze. Also deswegen, selbst in kältere Gebiete, selbst in kälteren Gebieten hilft mehr CO2 und allgemein hilft mehr CO2 der Pflanze, die hat weniger Stress, die kann mit Umweltgiften besser umgehen, die kann mit Stickstofflimitationen und mit anderen Sachen besser. So, also CO2-Steigerung ist hilfreich. Und wie viel ist denn der CO2-Gehalt in dieser Zeit gestiegen? Wenn man sich das mal überlegt, das ist eigentlich nicht viel gewesen. Also vorindustriell hatten wir ein CO2-Gehalt von 0,028%. Das soll der vorindustrielle CO2-Gehalt gewesen sein. 0,028%. 2,18 Tausendstel oder 340 PPM Parts per Million. 280 PPM Parts per Million. 1982, als diese Untersuchung begonnen hat, Global Greening mit der NASA, war der Behalt schon bei 0,034%. Also schon ein wesentliches gestiegen um den vorindustriellen Wert. 0,034%, da ging die Untersuchung los. Also was davor passiert ist, ob es davor schon Global Greening gegeben hat, was sehr, sehr anzunehmen ist, das haben wir keine Daten zu, weil davor gab es keine Satellitendaten. Ab 1982 haben wir Satellitendaten, da war der CO2-Gehalt schon bei 0,034%. Bis 2016 oder 2015, die Daten, also 35 Jahre, ist der CO2-Gehalt angestiegen auf 0,04%. Also man merkt schon, der Sprung ist nicht so wahnsinnig rot. 0,034% auf 0,04%. Das sind 15, 18% Anstieg des CO2-Gehaltes. Also 0,006. Also 6,10 Tausendstel, nee, 6 Hunderttausendstel angestiegen. Also wenig. Wirklich eine gewisse Erhöhung, aber jetzt nicht irgendeine Verdoppelung oder eigentlich ein minimaler Anstieg. Und dieser minimale Anstieg von 0,034% auf 0,04% hat schon diese Erdbegrünungszelle ausgelöst, die wir jetzt mit Satellitendaten wunderbar nachweisen können. Und was haben wir denn da noch zu erwarten? Weil der CO2-Gehalt steigt ja weiter, der steigt ja recht kontinuierlich, jedes Jahr. Wie hoch er noch steigen wird, das ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall steigt er erst mal noch weiter. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, oder das heißt, es gibt erst mal ganz praktisch das Phänomen, dass zum Beispiel die Gewächshausbetreiber wissen, wenn sie CO2 in ihr Gewächshaus leiten, dann wachsen die Tomaten, und das ist kein Scherz, fast doppelt so schnell. Also wenn sie den CO2-Gehalt im Gewächshaus deutlich steigern, und zwar dreifach, vierfach, fünffach steigern, die steigern den CO2-Gehalt von dem aktuellen 0,04% auf 0,1 bis 0,2%, also auf das 3- bis 5-fache steigern professionelle Gewächshausbetreiber, Tomatenpflanzungen oder auch irgendwelche anderen Pflanzungen, verpasst alle professionellen Gewächshäuser, die das technisch hinkriegen, steigern den CO2-Gehalt in ihren Gewächshausen auf 0,1 bis 0,2%, also auf das 3- bis 5-fache des heutigen Atmosphärenwertes, der ja schon ein bisschen erhöht ist, 0,04%, auf 0,1 bis 0,2% steigern die das, mit dem Effekt, dass die ja fast wirklich doppeltes Wachstum haben durch diese Erhöhung des CO2-Gehaltes. Also ein ganz krasser Düngeeffekt durch CO2. Also wir ahnen schon, der Effekt hier von 0,034 auf 0,4 der ist nicht, der in den letzten 35 Jahren stattgefunden hat, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, das geht noch viel weiter. Haben Wüsten überhaupt noch eine Chance, wenn der CO2-Gehalt der Erde, der Erdatmosphäre auf einen etwas höheren Wert steigt, sagen wir mal auf 0,1, werden die Wüsten dann nicht von alleine grün, ohne dass wir irgendwas machen, einfach weil die Pflanzen jetzt so wenig Wasser brauchen und sich so gut in die Wüsten hinein vorarbeiten können, und dann natürlich da wo Pflanzen wachsen, haben wir Wurzeln, haben wir Wasserverdunstung, haben wir Bodenentwicklung, das Wasser wird festgehalten, es kommt ein Wasserkreislauf in Gang, sobald wir eine grüne Bodenbedeckung haben, kommt eine Kühlung, eine lokale Kühlung in Gang, ein Anziehen von Wolken, ein Anziehen von Regen, ein Entstehen eines Wasserkreislaufes, das ist ja dieses Wunder des Regenwaldes, dass er seinen eigenen Regen produziert, dass er das Wasser, was er verdunstet, auch als Regen wiederbekommt. Und dieser Effekt würde sich natürlich langsam in die Wüsten hineinschieben, bis sie im Wesentlichen aufgegessen werden würden durch diesen Effekt. Und das ist wahrscheinlich bei höheren CO2-Gehalten, hätten Wüsten in dem Sinne keine Chance, die würden sich von alleine begrünen, einfach weil die Vegetation so stark geworden ist, so wassersparend geworden ist, dass sie entsprechend mit einem Lawineneffekt diese Wüsten begrünen würde mit den Jahrzehnten. Also das ist ein wunderschöner Ausblick sozusagen, der Effekt ist nicht abgeschlossen, der Effekt wird in aller Wahrscheinlichkeit, also er ist definitiv jetzt gemessen, bis 2016 haben wir deutliche, deutliche Begrünung der Erde und die Wahrscheinlichkeit ist mit weiter steigenden CO2-Werten, CO2 als wesentlicher Faktor dieser Begrünung, dass diese Begrünung weitergeht und dass sie sich jetzt verlangsamen wird, davon ist eigentlich nicht auszugehen, denn wenn man weiß, dass eben die Gewächshäuser ihren Optimalwert eher so bei 0,15 bis 0,2 oder dem Mehrfachen des heutigen CO2-Gehaltes haben, und das ist so wie wir mal ein Bild jetzt von einer Kieferzeigen, die man mit verschiedenen CO2-Gehalten gucken, ob das rüberkommt, eine Kiefer, die man mit verschiedenen CO2-Gehalten in der Atmosphäre hat wachsen lassen, man sieht hier zunächst man sieht hier zunächst hier die kleine Pflanze, das war das aktuelle atmosphäre CO2, 385 Parts per Million, 0,03 85%, dann haben sie es ein bisschen erhöht, plus 150 ppm plus 300 ppm plus 450 ppm, das entspricht schon fast einer Verdoppelung, das ist hier mehr als eine Verdoppelung des heutigen CO2-Gehaltes und man sieht, nicht nur der CO2-Gehalt verdoppelt sich, sondern die Kiefer wird auch in der gleichen Zeit doppelt so groß, das ist eine Kiefer, die sie da entsprechend in dieser kontrollierten Atmosphäre dann gepflanzt haben. Also das ist eine wissenschaftliche Arbeit, die schon vor langer Zeit passiert ist, das ist jetzt nicht neu, die aber diesen Wachstumseffekt zum Beispiel auf Kiefern hat. Also man ahnt, was das für die Welt, für die Wälder, für die Wüsten bedeuten würde, wenn Bäume im Wesentlichen doppelt so schnell wachsen, speziell Bäume, die so viel Biomasse zuliegen wie eine Kiefer, die profitieren natürlich besonders davon, dass sie da mit höherem CO2-Gehalten gedüngt werden, aber gerade die schnell wachsenden, die Pionierbäume, die dann in der Lage sind, Pioniervegetationen in der Lage sind, auch Wüsten zu erobern und zu begrünen und devastierte Flächen neu zu begrünen, gerade die profitieren besonders stark. genau. Also das als interessanter Ausblick, Global Greening ist schon unterwegs und die Begrünung der Erde auch als ja, vielleicht persönliches oder gesellschaftliches Ziel anzunehmen, finde ich oder habe ich nach längerem Nachdenken gefunden, ist eigentlich die logischste Variante und Global Greening bezieht sich hier nicht nur auf letztendlich die Natur, das ist die Natur ohne den Menschen, die soll besonders grün sein, sondern das schließt den Menschen eigentlich definitiv mit ein. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, der Mensch soll verschwinden und die Natur soll wieder grün werden, weit davon entfernt. Ich glaube, der Mensch ist ein wesentlicher Teil dieses Prozesses und der Mensch, also es gibt heute genug Wissen, dass wir wissen, wie man Wüsten begrünt. Wie gesagt, ich habe ganz, es gibt ganz viele Einzelbeispiele, die das geschafft haben. Es gibt ein wissenschaftliches Verständnis dafür, wie Wasserkreisläufer entstehen, wie Vegetation, wie Wälder mit Verdunstung, mit Kühlung Wasserkreisläufer in Gang bringen und eine Wüste wie die Sahara zu begrünen. Man würde das eben von den Randgebieten, von den speziell Küstengebieten aus tun, dort, wo eben hin und wieder noch Regen fällt. Die würde man massiv begrünen, speziell mit Wäldern ausstatten und das zieht dann die Feuchtigkeit vom Meer auf Land. Also die ersten 100 Kilometer müssen erstmal sozusagen bewaldet werden und wenn das produktive Wälder sind, sagen wir mal 70% der Landfläche, die man dann bewaldet würde, heute ist das meiste davon relativ wertlose Weidefläche, wo hier und da mal ein Grashalm wächst. Wenn man die massiv bewaldet würde, was auch sehr produktiv wäre für die ansässige Bevölkerung, erstmal die ersten 100 Kilometer um die Küsten herum bewalden und dann von dort ausgehend den Wasserkreislauf in Gang bringen, das zieht die Feuchtigkeit an Land und dann Schritt für Schritt sich weiter in diese Wüstengebiete hineinfressen mit einer Förderung der Vegetation. Das wäre so ein wissenschaftliches Verständnis, also im Grunde wissenschaftliches Verständnis, was schon ausgearbeitet ist von zum Beispiel Professor Willi Rippel, emeritierter Limnologen Professor in Berlin gewesen, der diesen Wasserkreislauf beschrieben hat. Es gibt auch andere Wissenschaftler in Tschechien und so in Russland, die dieses Thema aufgegriffen haben oder da Grundlagenforschung zu betrieben haben, wie Wälder ihren eigenen Regen machen. Genau. Und eine wesentliche Rolle dabei spielt das ist ein Buch in unserem Shop und der habe ich hier nicht ganz umsonst hingestellt. Das Buch heißt Wandernde Pflanzen von Wolf-Dieter Storl. Wolf-Dieter Storl ist so ein Kräuterpapst, der wirklich für alle möglichen Pflanzen Kräuter, wie er geschrieben hat. Sein Bestseller war wohl Kräuter für Borreliose und dem ist ja eine irrationale Einstellung gegenüber neuen Pflanzen, also eingewanderten Pflanzen nicht nur in Deutschland, der ist ja auch in den USA unterwegs, in Südafrika, der Wolf-Dieter Storl, der sieht aus wie ein Waldschrat, haben wir hier ein Bild von dem Herrn Storl drin, die leider nicht. Also allein den mal im Video zu erleben, das sollten Sie sich mal anschauen, das Video habe ich, ein Video habe ich auch verlinkt, wobei dem Buch hier, also auf der, in meinem Internet-Shop verkauft das Buch und auf der Verkaufsseite, Produktseite von dem Buch habe ich auch mal ein Video von Wolf-Dieter Storl verlinkt, das ist schon Urgestein an sich und dem ist also aufgefallen, dass es im Naturschutz wiederum speziell in Deutschland, aber auch in den USA und Südafrika und Australien und sonst wo, eine regelrecht irrationale Einstellung, Hass, Kampf gegen eingewanderte, einwandernde Pflanzen gibt, was hier auf der Titelseite ist, ist das indische Riesenspringkraut, also sogenannte Neophyten, die bei uns einwandern und da fühlte man sich dann, ja, der Naturschutz fühlte sich dazu berufen, die Natur festzulegen und zwar zack, ich sag mal, je nach Naturschützer, 1950 oder 1800 oder 1500, das ist die Natur in Europa, so hat die gefälligst zu bleiben, unabhängig davon, dass die ja enorm stark Menschen beeinflusst ist und dass es eben ein Prozess ist, dass hier immer wieder neue Arten ankommen und sich hier wieder besiedeln, weil nach der Eiszeit war hier Tabula Rasa in Europa, wir haben bei null angefangen, nachdem die Gletscher weg waren und dann sind wir im Grunde seit 10.000 Jahren in einer Wiederbesiedlungsphase, wo langsam, langsam wieder sich halbwegs ein stabiles Ökosystem mit etwas höherem Artenreichtum ausbildet, aber Europa ist bis heute der artenärmste Raum auf der ganzen Welt, also im vergleichbaren Klimazonen auf der Welt gibt es viel, viel mehr Pflanzenarten und Tierarten als in Europa und der Grund ist eben die Eiszeit, die uns so massiv im Grunde hier in ein artenarmes Gebiet verwandelt hat, immer noch und deswegen wäre es eigentlich eine mögliche Variante für die Natur zu sagen, ich begrüße die Einwanderer, die Einwanderer, die Pflanzen, die stabilisieren das Ökosystem, sie erhöhen die Photosyntheseleistung, sie sind in der Lage in spezifischen Nischen noch Wachstum zu zeigen, vor allen Dingen von Menschen kaputt gemachte Flächen wieder zu begrünen, das ist eine der großen Leistungen von zum Beispiel diesem indischen Riedenspringkraut oder von Topinambur oder von der Rubinie, dass sie also auf schlechten Böden wachsen und ganz wunderbare bodenverbessernde Eigenschaften haben und die heimische Tierwelt zum Beispiel auch mit ernähren, gerade das indische Riedenspringkraut ist eine Bienenweide, Schmetterlinge, Hummel, da ist die Zeit ab Juni wird da gesummt und gebrummt bis in den Oktober hinein, dass es eine Freude hat, da muss man recht aufpassen, wenn man da Samen erntet, dass man nicht ständig von irgendwelchen Hummeln, dass man nicht ständig in irgendwelche Hummeln greift. Genau, also diese eingewanderten Pflanzen werden heutzutage sehr, sehr negativ gesehen und Wolf-Widerstorl hat dem mal ein paar Fakten entgegengesetzt und sagt, das Problem ist eigentlich, wir wissen gar nicht, was die machen, was die können auch, von der Kräuternwirkung her und welche Leistung sie auch in unserem Ökosystem bringt und es gibt regelrecht Schmierenkampagnen gegen eingewanderte Pflanzen, wenn man dann die Fakten mal nachguckt, dass die irgendwelche einheimischen Pflanzen verdrängen würden, dass die dann aussterben oder so, also einheimische Pflanzen, dass sie die Böen vergiften, was da alles erzählt wird, wenn man da einen genauen Blickdorf wirft, alles Blödsinn, es sind Pflanzen, sie nehmen ihren Platz im Ökosystem ein, meistens gibt es eine überschießende Reaktion am Anfang, dann sortieren sie sich, sortieren sie sich als eine von vielen Pflanzen ins Ökosystem ein und dieses Thema wird sehr ausführlich in diesem Neophytenbuch besprochen, in diesem Buch Wandernde Pflanzen von Wolf-Dieter Storl, also auch dem, der auch er hat offensichtlich eine emotionale Verbindung zu einer Begrünung der Erde und ihm ist diese irrationale Haltung gegenüber einwanderten Pflanzen aufgefallen und gerade diese einwanderten Pflanzen, die sind mitunter so leistungsfähig wie die Rubinie, wie in den tropischen Bereichen Albisia, wie Prodopes Iuliflora, Algarova oder diese speziellen Wüstenbäume oder speziellen Tropenbäume, die auf kaputten Flächen wachsen können, wo im Grunde Hawaii heute nur noch eine grüne Insel ist, weil diese Pflanzen dort, diese anderen Neophyten ausgebracht wurden in den 50er, 60er Jahren, die Berghänge wieder begrünt haben und einen Kollaps des Ökosystems auf Hawaii verhindert haben, zum Beispiel. Also gerade diese Eingewanderten, diese Neophyten haben ein enormes Potenzial zur Begrünung der Erde, also das wäre eine der möglichen Schoßrichtungen, mit denen man eine Begrünung der Erde erreichen kann und natürlich wissen Sie auch Terra Preta und DM, mit denen wir arbeiten, fruchtbare Böden, die Nährstoffe speichern, die Wasser speichern, das ist letztendlich der Schlüssel zur Begrünung, ein Schlüssel zur Begrünung der Erde und DM, eine positive, starke Mikrobiologie, ist ein anderer Schlüssel. Die Menschen sollen dabei nicht vergessen werden oder sind dabei nicht vergessen, das war eigentlich auch ein Ausgangspunkt meiner persönlichen Entwicklung, dass einem klar wird, wie, dass die Wüste nicht nur in der Welt ist, in Saharasia und Mexiko und was weiß ich, sondern dass die Wüste sich spezifisch auch in den Menschen breitgemacht hat und dass ein Großteil der Menschheit eigentlich psychisch krank ist, traumatisiert ist und so weiter, freut Wilhelm Reich nur als kurze Stichpunkte. Ich weiß, die mögen viele nicht, aber, und ich würde auch nicht alles jetzt, würde ich jetzt auch nicht alles unterschreiben, was die gesagt haben, aber eines machen sie einem doch klar und das ist natürlich eine sehr, sehr bittere Pille zu schlucken, ein Großteil der Menschen hat gewaltige psychische Probleme, ist nicht in seiner natürlichen Stärke und vollentwickelt und gesunden, stabilen Psyche ausgestattet, sondern trägt große Kindheitstraumata mit sich, ist psychisch instabil, ist im Grunde verwüstet, innerlich in ganz vielen Punkten und ein Buch, was dieses Thema, was ich auch nochmal gesondert vorstellen werde, ein Buch, was dieses Thema thematisiert, Saharasia, zeigt einen Zusammenhang auf zwischen der Verwüstung, speziell dieser Riesenwüste vor ungefähr 5000 Jahren, der Herr Saharasia und einem Einbruch von psychischer Krankheit, letztendlich gesellschaftlicher Krankheit, Militarismus, Gewalt, Unterdrückung von Frauen, Kindern und den Reichen, vor ziemlich genau 5000 Jahren. Vor ziemlich genau 5000 Jahren ist diese Riesenwüstengürtel entstanden und vor ziemlich genau 5000 Jahren gab es eine gewaltige Veränderung in der menschlichen Gesellschaft, weg von naturverbundenen, liebevollen Gesellschaften hin zu militaristischen und gewaltbereiten Gesellschaften. Das wird in diesem Buch und jetzt ist die Frage natürlich, wo fängt man an? Fängt man damit an, den Menschen zu verändern und den vielleicht wieder psychisch gesund zu machen, Schritt für Schritt, was es da immer für Varianten gibt, andere Kinderbetreuung und Behandlung, Therapie, andere gesellschaftliche Strukturen. Also fängt man bei Menschen an oder fängt man bei der Wüste an und begrünt die wieder und nicht umsonst haben wir in diesen Wüstengebieten, Saharasia, die ganzen Problemzonen, Gewaltzonen der Erde, ich habe es vorhin kurz angesprochen, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Tibet, der komplette nordafrikanische Bereich, das sind alles diese Wüstengebiete, aus denen wir heute immer unsere Gewalt, wo wir von Kriegen hören, von Gewalt, von Terror, da gibt es einen Zusammenhang und diesen Zusammenhang hat James DeMeo in dem Buch Saharasia ausgeführt. Gibt es nur in Englisch, schwierig zu bekommen, aber auf jeden Fall werde eine Kurzbeschreibung dieses Buches ausfällen. Ja, und ich bin der Meinung, ja, wir müssen an beiden Fronten angreifen, anfangen, Veränderungen zu bewirken, an den Menschen, an der Punkt, wie wir unsere Kinder behandeln und vielleicht eine gewaltfreiere Gesellschaft entwickeln und auf der anderen Seite auch die Lebensbedingungen in diesen Wüstengebieten und eben diese Wüstengebiete wieder vitalisieren, wieder lebendig machen, um auch dort die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern und letztendlich diese Lebensenergie wieder zurückzubringen in diese Bereiche, was dann wiederum auch eine Befriedung dieser Gesellschaften zur Folge haben wird. Also, ganz großes Thema, das ich heute mal umrissen habe, wo man eigentlich, wo ich sage, das ist eigentlich meine Motivation, da will ich hin, eine Begrünung der Erde, eine Befriedung der menschlichen Gesellschaften und es ist immer lustig, heute, wie die ganzen technikverliebten Medienunternehmen und so, die wollen alle zum Mars fliegen und dort Marsbasen errichten und den Mars begrünen und hier die Terraforming betreiben, da schlägt mein Herz mit, jawohl, das ist eine super interessante Sache und das ist, denke ich, durchaus die Zukunft der Menschheit, dass sie das Leben auch hinausträgt. Ich denke, das Leben ist sowieso im All verbreitet, aber der Mensch natürlich als einen Vektor, als eine Möglichkeit, das Leben von der Erde über die Erde hinaus zu tragen. Aber ich finde, diese Beschäftigung, dass wir jetzt den Mars Terraformen und Grün machen, finde ich albern, komplett absurd, solange wir noch nicht mal in der Lage sind oder es gesellschaftlich geschafft haben, die im Vergleich dazu mit einem Fingerschnitten zu begrünenden Wüstengebieten der Erde uns zur Brust zu nehmen, solange wir die nicht Grün bekommen haben, solange wir die nicht in den Lebenskreislauf wieder mit aufgenommen haben, solange brauchen wir uns der hundertmal schwierigeren Aufgabe, einen Planeten zu begrünen. wie den Mars nicht stellen. Das ist der LACMUS-Test. Das ist die erste Aufgabe. Und wenn wir die gemeistert haben, dann können wir zur Doktorarbeit gehen und sagen, okay, vielleicht gehen wir tatsächlich einen Schritt weiter und versuchen auch andere Planeten zu begrünen. so, Global Greening, die Begrünung der Erde ist bereits unterwegs, ist Realität, seit mindestens 35 Jahren mit einer ganz großen Geschwindigkeit schreitet die Begrünung der Erde voran. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es weitergehen wird, der CO2-Gehalt wird weiter steigen und weiter diese Begrünung antreiben. Und wenn der Mensch dann noch helfend eingreift und seine Landnutzung ändert, beziehungsweise Initialzündungen gibt für Wüsten, dann, ja, sehe ich innerhalb weniger Jahrzehnte eine noch viel massivere, eine wirklich globale Begrünung der Erde und der menschlichen Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.